Die deutschen Fans haben hier in Dubai viel mehr erlebt als nur Fußball. Eindrücke, die sie wohl noch lange in Erinnerung behalten werden. Ein bisschen Fußball haben wir auch gleich für Sie, denn das, was Oli beim Spiel Deutschland gegen Spanien erlebt hat, das wird er nie wieder vergessen. Wir haben ihm nämlich einen fiesen Streich gespielt und während des Spiels für diverse TV-Aussetzer gesorgt. Eieiei. Mehr in einer halben Stunde in Explosiv. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer wird Millionär? Das Phänomen. Heute, 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Singles verraten ihre geheimsten Weihnachtsüberraschungen. Da habe ich ja vor diesem Rüsseltanker ein bisschen Angst. Das nenne ich mal eine schöne Bescherung. Der wollte mir neue Früste schenken. Was geht denn hier heute Abend ab eigentlich? Das Christmas Special von Deutschlands schnellster Datingshow. Take Me Out. Morgen, 20.15 Uhr. Und in Explosiv haben wir das. Arife ist verzweifelt. Innerhalb kurzer Zeit steht ihre Wohnung zweimal unter Wasser. Auf welche bösen Überraschungen wir noch treffen, Einsatz im Horror-Hochhaus. Gleich um 18 Uhr in Explosiv. Und in Explosiv. Hier haben wir das. Und in Explosiv. Überraschungen. Hier haben wir das. Überraschungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und so geht es weiter. Gut. Ich weiß aber nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich würde mal sagen, alles. Ein Horror-Hochhaus in Frankfurt. Verzweifelt bittet uns eine Zuschauerin um Hilfe und vor Ort wird das Ausmaß erst deutlich. Damit hallo zu einer neuen Woche mit Explosiv. Ich bin Jana Assisi. Innerhalb kurzer Zeit steht bei der zweifachen Mutter Arifa aus Frankfurt zweimal die Wohnung unter Wasser. Da sie sich von der... Untertitelung des ZDF, 2020